So, willkommen Freunde zu dem sechsten Teil von Twin Mirror. Wir stehen jetzt hier direkt vorm Haus. Wir müssen mal reingehen, weil hier wurde eingebrochen. Hier waren wir ja schon lange nicht mehr. Hat er selber gesagt, das letzte Mal wahrscheinlich vor zwei Jahren. Vielleicht können wir hier ein bisschen was rausfinden, was die Einspruchspuren angeht. Oh, die haben wir ja ganz schön gewütet. Anna ist nicht gut. This time, at least, try to be there for her. Anna? Ähm, Anna, are you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. Jetzt wird mein inneres Ich auch noch zum Klugscher, also. Ich glaube, die zur Entfernung ist. Ich glaube, es geht nicht. Was soll ich machen? Was, was, was. Ist die Meinung, die Wurzeln. Wir holen sie einen Drink. Just zeigen sie, sie sind hier. Ich bin nicht sicher, wie ein Drink wird sie besser fühlen, über murders und break-ins. Aber ich denke, ich habe mehr Gutes gehört. Ihr wurde gründlich gesucht. Das ist auch interessant. Selbst wenn er Mist gebaut hat, fand Nick immer ein paar klasse Worte. Dann legte ich diese beiden einfach hier. Vielleicht sind auch ein paar Peperoni-Rolls im Kühlschrank. Ach, das haben wir auch auf der Arbeit schon mal gelesen bei ihm. Computer. Scherzenkonzert, toll präsentiert. Scherzenkonzert. Sie normalerweise halten in der Pantrie. Es ist schon lange, Sam. Dinge haben hier verändert. Du fühlst dich an alten Keepsakes? Nein. Wir nehmen mal ruhig einen Whisky, oder? Ja. Auf der breiten Seite. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass sie schlimmer fühlen. Du bist nicht helfen. Ja, ich bin. Ja, du bist. Danke. 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 neue perspektive jedes jahr präsentiert ein green mount grundschule das talent junger kreativer im kunstwettbewerb nichts was uns weiter bringt liebe miss miller mein papa sagt wenn jemand sehr nett ist dann muss man ihm ein dankes brief schreiben also hoffe ich dass meinen mögen anna has to be helping her dad out with these I'm not sure it's enough Sam Sam what are you doing I called for dinner like a dozen times it's gonna get cold I am NOT your mom you know working on an article is no reason to ignore basic politeness Sam fine you can hear dinner cold for all I care I'm done waiting for you naja der war mehr in seiner arbeit vertieft als dass er sich mit ihr beschäftigt hat natürlich für eine beziehung nie gut and i would pace around the house for hours and sit down and writer articles in one so aber wir machen mal folgendes wir gucken uns mal die es ist auch toll dass da ein poster hängt und so aber ich würde sagen wir gucken ob es einbruchspuren gibt hier zeigt dann nichts an ist ja auch gar nicht wo die reingekommen sind komisch warum sollte einer das bild zerstören oder war sie das die das da runter geschmissen hat klar von der ich habe von der Er wollte, dass es zurückgestellt wird. Okay, wir können ja mal nach oben gehen. Hat er auch recht. Die Geschehnisse waren ja unten und nicht oben. Hey, fühlst du besser? Ja, danke, Sam. Sorry, ich habe einfach... ...lose ein paar Sekunden da. Ja, ich meine... Genau, da brauche ich meine innere Stimme nicht für. Vielen Dank. Ich brauchte das zu hören. Er hat sich jemanden, dass es ein guter Start ist. Das Ganze ist ein Biss, aber ehrlich gesagt, es ist ein Biss für ein paar Jahre alt. Wie, alles war gut, you know? Nick hat mich in den, es war schön, aber heute hat er sich einfach ausgeschlossen. Er hat sich in den nächsten Mal geholfen. Er hat sich in den Bar oder in der Fischungshack geholfen. Er hat sich zurückgezogen, nicht zu reden, über seine Arbeit zu sprechen. Es wurde unbezüglich. Es war fast, als ob ich mit dir mit dir wiederkehrend bin. Es fühlt sich nicht gut, aber sie braucht das aus ihr Körper. Es ist die beste. Don't be too harsh on her. You're right, I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house, it's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you... You understand why I said no, right? You didn't want a ring. You told me before. I thought it was what you're supposed to do. I thought maybe it'd save us. That's a nice thought. I feel like you're listening now. And I thank you for that. You know? It ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone. To truly share my life. To make compromises and all that. I think we weren't. Not really. At least I wasn't. Good to see you realized that. Maybe. We were... We were younger. Different. It feels like a lifetime has passed. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead and... Whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this. No matter what we find. What about you? Yeah, I mean... You can count on me, Anna. We're in this until the end. That's good. That's really good. Let's see this to the end and... Well... We'll see what happens when we get there, right? Whatever happens, we're in this together. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything is wrong. Thanks, Sam. So, jetzt wollte ich... Kann ich nochmal sagen, was ich hier zu meinem inneren Gewissen sagen soll. Oder besser gesagt zu meinem Gewissen. Zu meiner inneren Stimme. Ähm... Der kann zwar erzählen. Aber... Ich bin derjenige, der die Knöpfchen drückt. Das darf er nicht vergessen. Also wir stehen da so ein bisschen in Konkurrenz, ne? So viel nochmal dazu. So... Ich erinnere mich auf diese Bildung. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Es ist nicht was Anna brauchte. Die Tür ist geschlossen. Huh. Sie hat nie immer versucht, es zu locken. Hier scheint auch nichts zu sein. Aber der hat ja wirklich überall gewühlt. Unglaublich. Warum ist es so schmerz hier? Es ist ziemlich dunkel hier. Oder warum ist es so dunkel? Kann man dann hier irgendwie nicht für mehr Licht sorgen? Ein bisschen besser gucken kann? Oder... Ich fühlt das Regal. Annas Sachen sind noch da. Nach was hat der denn gesucht, der Einbrecher? Das ist ja mal eine ganz interessante Frage. Oder? Ich fragte Anna was, was das war damals. Und sie lacht auf mich. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch was. Oh. Papiervorgang. Ich hoffe, dass derjenige auch noch weg ist. Sieht nicht so aus. Er kriegt gleich einen übergezogen, oder? Ja, hab ich mir schon gedacht. Das war vorhersehbar. Ich hab mir schon mal gesehen. Ich hab mir einfach rausgezogen. Ich hab mir einfach rausgezogen. Und ich hörte ein bisschen leid, loud engine drive off. Ach, wer es war, sie waren schmutzend Daten aus dem Niks Computer. Ich muss sie überrascht. Es gibt keinen Tränschen von dem, was er hat er gemacht. So what do we even do now? We need to figure out what Nick is hiding. Did he ever let anything slip? I mean anything. Did he talk about what he was working on? Anything about him or his activities seem out of the ordinary lately? No. No, I don't think so. I don't... Actually, over the last few months... Remember I mentioned... Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evening. Most nights, really. Said he was night fishing. But if that's where he went to keep his secrets away from you... It'd be worth taking a look. Hmm... Then we were like, I'm going to take a look. You're father called. Said there been a break-in? Couldn't they have gotten here two minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis' body. You go out the back. I'll talk to Beth and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Oh, well. I'm starting to get worried. Sorry. I was just in the bathroom. Be right out. Go. Na, das war noch mal knapp. Nick's Angelhütte. Nick's fishing shack. A lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? Tja, da bin ich ja mal gespannt, ob wir da irgendwelche Hinweise finden. Vielleicht hat er ja hier auch was versteckt. Oder er hat hier geschrieben. Oder... Ob er hier so viel Zeit verbracht hat. Was? In dem Alter will die abhauen? Oh yeah? Why not? That's what you did. Oh yeah? Sam. She's serious about this. Careful, Sam. This is not a drill. Maybe try to bring up her mother again. You should at least call your mom. My mom? She's hardly even there. She's always so... Plus, I know what she'll say. Calm down. Think of the calming good. She doesn't do anything. Just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was amiss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. Leaving is gonna hurt the people you care about the most. The way I left was selfish. You're not selfish. The Joan I knew couldn't even hurt a worm, let alone her own mother. I... It's not like I want to hurt her. She just works all the time, and then she's too out of it. And never listens to me. I think I'm done depending on others. My dad I could rely on. He's gone. There's nothing else from me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. I care. I believe you and I'm investigating like you asked. Oh, so I'm mistaken and you did question people? Or did you just say all those dumb things adults say that don't mean anything? They wouldn't have told me anything interesting. Or you were just like them. This place is full of gutless patronizing adults. And I'm sick of this dumb little town. It's choking me and I need fresh air. I need some place I can think. Not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In ten years? You ever consider journalism? You have a mind for investigation. Um, isn't it kind of dying? Yeah, that's what makes it beautiful. Fighting to bring people truth in a world that doesn't care about it. Kind of sounds like you really want to be a journalist. Look, I don't know if you're trying to make me stay. Or make me into you. Or my father. You're just telling me what I want to hear. Or what you think I want to hear. I just want the truth for once from someone. I'm wasting my time here with you. Fuck. Don't touch me! I'm sick of you! I'm sick of this town! And so... I'm going! And you can't stop me! Sam, we have to do something. She just wants honesty. She doesn't care about bullshit. I can relate to that. I'll tell her what we found out about Nick's death. You can't do that. You're the adult. She's the child. Do you want to start looking for the people who killed her father by yourself? Do you want to start looking for the people who killed her father by yourself? Do you want to do the response to the thing? Make her stay. It's for her own good. You're right, Bug. Your father didn't die in that crash. Someone killed him and covered it up. Made it look like an accident. Now, I don't know who did it yet or why. That's why I came here. That was maybe too much, Sam. She's a kid. I was right. You were right. I need you to not tell anyone, though. I won't. I won't tell anyone. Not even my mom. And I need you to stay at home. I will. I'm gonna go home right now. Thank you, Sam. I don't know if that was a good idea. It was a very good idea. Innere Stimme. It worked. So, now that I took your daughter from skipping town. Let's see if you've kept anything hidden out here, Nick. Back when Nick and Kathy were college sweethearts, clearly Bug was there, too. Joan always liked bugs. There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Abschlussfoto haben wir schon. Zeichnung haben wir schon. Okay, da gibt's keine neuen Hinweise. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. Don't see the keys. It was probably too obvious a spot. No keys. No keys. It's also not the best place if you wanted him to stay hidden. No keys. It's also not the best place if you wanted him to stay hidden. Nothing here. Probably too high and hard to get at anyway. Vielleicht außerhalb der Hütte. Das passiert ja auch oft, dass Leute ihren Schlüssel irgendwo woanders hinlegen. Tell a three-year-old kid about Tardigrade man, and this is what happens. No keys. No keys. No keys. No keys. This is either new, or Nick was really distracted. Was wir uns noch nicht angeguckt haben, ob hier irgendwie vielleicht ein Boden, irgendeine Luke oder so ist. Hier ist ein Hochbett. Und nichts. Hier ist die Kiste, die kennen wir schon. Wirkliches Versteck. Ah, alles klar, da ist der Schlüssel für einen Spinn. Was ist das? Der Schlüssel Hahn, Nick? Ich liebe immer deine Klischäste. Zeitschriftenartikel, sogar gelb markiert. So, eine kleine Gemeinschaft kümmert sich um jene, die durchs Raster gefallen sind, von Anna Miller. Ich spreche mit Tyler, einem Mann, weniger Worte, mit Mitte 20 und mit jeder Menge Tattoos, über den Ort, an dem er lebt und warum er hier ist. Es ist kalt genug, dass ich bereue, keine zweite Jacke mitgebracht zu haben. Seine Hände zittern jedoch nicht vor Kälte. Dies ist ein siebter Rückfall. Während seines zweiten Rückfalls verlor er seine Freundin, beim vierten seine Familie, beim nächsten versuchte er, das Haus seiner Eltern auszuräumen, aber stattdessen schlug ein Vater ihn fast tot. Hört sich nach einer Geschichte an. An article by Anna about a place called The Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts, just outside of Basswood. College flyer. Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Hold me. These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Krass, dass er die Schmerzmittel auch gleich einsteckt. Naja, warum nicht? Ist das der Kalender, den er abgenommen hat? D will sich treffen. Wahrscheinlich Dennis. It has to be the same D, he was talking to in his emails. Merkwürdig. Notiz. Denk dran, raupe. Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? All right, I think I went through everything here. Kalender haben uns schon angeguckt. College flyer, Zeitschriften. Like many people, Nick kept a few guns. But never at home, and always locked up. Hmm. If D met Nick on the day he died, he could be the last person who saw him alive. If Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. An article by Anna about a place called The Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Hier, drei Hinweise, aber da gibt's bestimmt noch was anderes. Ja, aber hier scheint nicht zu sein. So, dann gucken wir mal weiter. Man muss ja noch mehr Hinweise geben, ne? In den letzten Wochen abgewaschen, Nick war kürzlich noch hier. Ja. Jagdprofil, nichts, äh, was Nick damals getan hätte. He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? Okay, ach, da gibt's ne Kombination oder wie? Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Was ist denn der Notiz und den... Ah, ja. Ist klar. Wir holen uns das nochmal genau an. Wenn Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. Raupe, so, gelb, also nach oben, nach links, nach rechts, nach unten. Nach oben, nach links, nach rechts, nach unten. Tja, aber... Die Notiz sagt mir ja nix weiter, oder? So, remember, erinnere dich, äh, Eno. So, was haben wir denn? Gelb, blau, rot, grün. Das sind ja die vier Farben hier, die wir haben. Warum geht das denn nicht? Nach unten, nach rechts, nach links, nach oben. Was ich krass finde, ich sehe an der Angeltasche überhaupt gar keine Kombination, die er da haben will. Meinte er, ach, das rote Schloss da, ja? Okay, nach oben, nach links, nach rechts, nach unten, nach unten. Okay, das heißt, es müsste theoretisch noch eine Notiz geben. Wenn er die Notiz am, äh, auf dem Tisch nicht bewerten kann. Ah, hier ist doch die Raupe. Alles klar, ich glaube, das wird der Hinweis sein. Zeichnung. So, das ist, äh, boah. Das müssen wir uns mal abfotografieren. Wo ist die Kamera am Handy? So, dann versuchen wir das mal, genauso wie die Kamera. das jetzt aufgezeichnet hat. Und zwar abfotografiert. So, aufsperren. Die Raupe fängt an. Mit rot, grün, blau, rot, gelb. Jawohl. Super, wir haben's. War ja doch nicht so schwer. Bargeld hat er gefunden. Die Raupe ist so weit untersucht. Ah, hier haben wir noch Notizen. Die Raupe. Hier sind die Raupe. Sie sind in der Kove. Und das ist wie er den Informanten, D. Das ist der Person we meet der Nacht, er werdet. Ich muss nur wissen, ob es ist. Opioids From D? Nick, were you looking into drug trafficking? It doesn't match Nothing suggests that this is D Richard, a.k.a. Dickie, a.k.a. D Looks like I found who I was looking for So that's what it was Nick suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed He had an informant Dickie Probably a low-level drug dealer And he also had a lot of cash on hand More than a reporter should Dickie set up a meeting with Nick And now Nick's dead Dickie may be the only person who knows what really happened I need to find him He lives at this place The Cove Or he did Anna wrote that article on it She has to know where it is Okay, der wohnt an der Bucht Das wird der wohl nicht sein Es ist endlich weg Hast du etwas am Angelplatz heraus können? Hmm das tagebuch ist auch aktualisiert machte ich auf dem weg zur bucht ok kann auch sehr unheimlich seine finde ich gerade so im nebel und die ruhe und die grünsoppen best barely asked about the breakin she seemed more focused on your fight with dennis i'm on top of the suspect list or at least i would be if i was her best said i should call her if i found you she believes you dangerous you were right back at the basswood jungle i think we're on our own they'll try to arrest me now we have to find dicky i can't let joan down i'm sure dicky's still there he had no other place to go what are you doing the longer you run from the police the worse it'll be when they catch up with you explain everything halt die klappe the cove is a wonderful place a sort of commune linette who runs it she lets anyone in who follows her rules no real questions asked it's mostly filled with desperate people though recovering junkies ex-gang members and you'll need to be extra careful some of them used to work at the mine so how should we handle finding dicky i don't have any great ideas but i know i'll do what i have to do at least we're equally clueless there's comfort in that yeah i hate feeling like the only one in the dark the dark isn't as spooky when someone else is with you we just need to be careful and look out for each other this town has like 17 people in it you've met the killer i'm not saying you have to run and hide just be careful about the lion's den you have options here real life isn't as clear as the world in your head just know the more you poke around the more likely the world pokes back and whoever is involved in all this they poke real hard if that even makes any sense that's rough that's rough were you even listening to me? mostly mostly sam what is with you? you got this easy look at you so together you got so drunk you've forgotten anything that could have been remotely useful your friends are turning up dead you're getting that's not fair shut up sam i sorry i didn't i just i didn't mean it that way don't don't take all of this out on me so you're just gonna keep telling me off disregard my advice yeah i want to hello inneres i i'm there i'm the key i'm the key i can do it enjoy your little investigation without me sam don't get us killed ok here this is the cove huh get your head on straight the cove we're here right 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 sam you sure you want to keep going? yeah i'm i'm fine i'm fine you're sure you can rest in the car while i ask around i'll manage don't worry about me who the hell are you? anna what are you doing here? tyler you look healthy you ain't the only one surprised i'm still alive who's the narc? i'm sam was i talking to you? this is sam he's a friend yeah lucky for him or i'd have thrown his ass out already so what are you two here for? we're here trying to find dicky yeah someone always is you tried looking up your own ass? tyler i don't say i never did nothing for you you want to talk to lynette thank you really yeah i know is he always like this? uh he's pretty much the gatekeeper around here interviewed him last time i came by i'm gonna talk to lynette she's kind of in charge i'll go see what i can find okay but be careful people only end up here if they have nothing left to lose we're gonna look at where we're lynette find lynette lynette wow watch it the place is full of lynette man why have you a open flame? i don't remember asking for your opinion fair enough Ach, Kayla ist das, oder? Ich würde nicht sprechen. Krass, wenn ich überlege, dass sie gesagt hat, ja, der legt auf Benzin, das würde genau passen zu unserem Täter, den wir suchen. Und es war gut, es war einfach, ich weiß nicht, schwer. Es wird nicht leichter. Oh, das ist Sam. Er ist ein Freund. Wir hatten einen Freund. Ich bin Lynette. Was hast du hier für, Sam? Wir suchen Dickie. Ja, Anna hat mir gesagt. Sie wird uns nicht helfen, ihn zu finden. Ich bin nicht die Leute zu den Wolfen. Und du, Sam, bist ein Wolfen. Du hast nie Probleme mit ihm gehabt. Das ist mein Land. All die, die verloren haben, sind willkommen zu ihm. Als ob sie ein paar einfachen Regeln folgen können. Selbst wenn Dickie auf der Fringe unserer Gemeinde ist, er ist einer von uns. All er will, ist zu sein, ist zu sein. Ich denke, dass du, von allen Menschen, das verstehst. Ich verstehe den Artikel, Anna, über dich über dich und diesen Ort. Wait, du hast ihn? When? Nick's Fishing Shack. Oh. Was hat dich gemacht hat, diese Gemeinde? Ich finde, dass wir souls in need of Hilfe brauchen, nachdem die Minden geöffnet wurden. Der Welt ist ein Ort, ein Ort. Wir alle brauchen ein Touch of Kindheit in unseren Leben. Du bist definitiv das, Lynette. Dankeschön, mein Lieber. Aber nicht zuhörst dich nicht zuhörst. Ihr Artikel hat Kayla hier gebracht, und sogar ein generous Donatoren haben. Hast du deine Antwort, Sam? Was für die Donatoren? Essen und Kleine, meistens. Aber die Arbeit sind schwer, die heute. Wir müssen auf die Kindheit der anderen. Auch wenn ihre Kindheit kommt und geht in Wälder. Ich gehe jetzt. Thanks for indulging me. Naturally. I'm getting there. Just need a bit more info to close in on Dickie. Grill, kein Strom nötig, einfach nur praktisch. Das feiere ich auch. Sehr schön. Muss von Kindern genutzt worden sein. Was wir wahrscheinlich suchen sind eher Reifenspuren würde ich sagen. Wir können ja mit ihm mal reden hier. Wenn er mit uns reden will. Tyler, right? Jackass, right? Some people call me that, yeah. Huh, I'll bet. Just tell me where Dickie is and I'll leave. Either that or you'll leave when I break your face. Look, Anna's a friend. She spent some time down here with us to do that interview thing. Told my story, did good by me. By us. And that guy that came after her, Nick, he's solid. Came down here three or four times. Taught me a great recipe for bass. But you, you're just some asshole. Dickie's one of ours. Don't think you're getting anywhere near his trailer. So beat him before I break your knees. So Dickie is in one of the trailers. I know enough to make an educated guess. Dickie's gotta be in one of these places. Tyler set himself up nicely. Now that's a man that wants to be left alone. So what do we have to do with this? What do we have to do with this? The sport. The system. The system. The system. The system. da lässt er mich nicht weiter. Verstehe ich nicht, weil da oben ist der Wohnwagen. Da komme ich ja nur so hin, wenn ich da jetzt gucke. Äh. Wirkliches Versteck. Im Tisch hat er noch mal Picknicktisch was angezeigt. Wirkliches Versteck hat er noch mal in einem Trailer. Magazine. Bergarbeiter hin. So, Concord Street, Summerwell. Der Gerter, Mr. Reynolds. Ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass West Virginia Coal, Incorporate, nach einer Reihe kostspieliger Gerichtsverfahren und Bußgelder in die finanzielle Schieflage geraten ist. Okay. Jagdmesser, den Besitzer will ich lieber nicht in die Quere bekommen. Gab's hier noch. Noch irgendwas. Das ist Tyler's. Dickie ist supposed to be off. Away from everyone. Hier können wir auch nicht weiterlaufen. Das heißt. Keiler haben wir schon gesprochen. Werkbank. Schnitzwerkzeuge groß, aber funktionell. Fernseh, provisorische Dusche. Okay, was haben wir denn hier? Da waren wir schon drin. Da waren wir schon drin. Tja. Da sind wir schon drin. Anna ist immer drin. Anna ist immer drin. Ja, da oben kommt man nicht hin. Hier ist ein Picknick-Tisch. Ich habe ja gedacht, dass hier vielleicht irgendwelche Initialen eingeritzt sind, dass da ein Hinweis kommt. Ich will ja nochmal mit ihm reden. Und ich möchte... Niemand wird die Dicke zu den Wolken schrauben, Knark. tja hier mit dem wagen ist da Hinweise haben wir hier noch die Skulpturen hier nochmal lang tja hier gibt es auch keinen Hinweis irgendwas übersehen haben ein unmögliches Versteck ja dann lass mich auch hin dass er wieder abbricht und sagt ich weiß nur, du hast eine Reputation und was ich weiß, das ich nicht mag du kannst nicht nur aufhören hierher habe ich dir ganz gut, bitte also zurück zur Hölle oder ich werde dich schrauben 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 als du versucht du sollst aus meiner Weg ich schrauben du schrauben schrauben ey, Mann dieser Mann ist nicht wert einfach ihn vergessen aber wenn er nicht die Message dann werde ich dir schrauben er 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 ich werde nach diesen beiden wenn ich mich nach Dickie muss ich sie nachdenken von seiner Kala ist der die 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 nachdem ich die 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 z die 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 Wir könnten theoretisch Ach, ein Buch Wir könnten ja theoretisch das Zelt im Brand stecken, ne? Ja, natürlich, aber ganz böse Wir haben hier die Schnitzwerkzeuge nur und die Werkbank So, wir sollen aber irgendwie ein Ablenkungsmanöver starten Ist ja hier gut geeignet, meinte er, ne? Oder meinte er hier den Raum? Den Brief haben wir schon gelesen Magazine Werkarbeiterhelm Braucht ne Ablenkung Gibt's ja ne Möglichkeit, irgendwas im Brand zu stecken Mit all die flammable lacquer und varnish This thing catching fire ist sure to divert attention It's out of the way, so no one should get hurt But there will be lots of chaos I just need to work out the exact details Lack und Lasur Ach, ich weiß, das mit dem Anzeigen ist ein bisschen komisch I just need fire to reach those And when it does They'll go up in flames in a second Need to account for that These shavings would be perfect kindling If I lit the wood shavings The varnish on the statue would catch fire Varnish Can's empty Probably used on that statue Very flammable stuff I can get the fire going But it won't do any good If they put it out right away I need to check for ways They could put it out The fire needs to burn long enough To distract But small enough To be manageable Don't want to see the whole place Go up in flames Go up in flames It is Kyla Shovel Hose Bucket Nothing useful But there's enough room to hide in here If they're in a panic They might not see me hiding under this Aber doch schon mehr herausgefunden Als ich dachte We can't stand there Verstecken Jetzt müssen wir jetzt mal gucken Okay Also wir laufen jetzt hier hin Ob wir jetzt schon was im Rand setzen können Nee Das scheint nicht der Fall zu sein Warte mal hier ist auch noch was Sehr gut Frage ist halt nur Wo versteckt man den Schlüssel Das ist eine sehr gute Frage Können wir den See schmeißen Das wäre nochmal eine Option Ja ist fett am trainieren Das ist ja schön Einmal mit Sand Konfrontiere Dickie Suche nach Verstecken in der Hütte Stelle sicher Dass du das Feuer Nicht zu schnell Gelöscht werden kann Tja jetzt die Frage Wo packen wir den Schlüssel Den Was er nicht gefunden wird Theoretisch kann es ja noch Auch einfach im Wald werfen Aber er will ja von mir Irgendeine spezielle Option haben Dass ich den dann hinpacken soll Brief Will den in dem Magazin verstecken Nee Magazin über Schusswaffen Jetzt haben wir noch einmal mit Sand Aber Was ist das denn mit dem Feuer Mit Grill oder so Den Bodenwagen komme ich nicht rein Alles klar Tja Tja jetzt ist die gute Frage Reicht das schon Suche nach Verstecken in der Hütte Konfrontiere Dickie Das haben wir schon gemacht In der Hütte Verstecke in der Hütte Sind die einmal hier Das könnte auch funktionieren Ja dann müssen wir mit Anna nochmal reden Hey Anna Can I have a quick sidebar I found him Where? The goon squad Won't let me near it Lynette Isn't gonna be any better They look after their own I can get there But I'll need your help What exactly are you planning? What exactly are you planning? I need to create a distraction to get to Dickie Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work But it's critical I wait for Anna to act first Or I won't have enough time Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me After that I'll hide in the cabin Tyler and JR will leave to put the fire out It'll give me a window of opportunity to run to Dickies trailer unnoticed Das ist auf jeden Fall ein guter Plan der sollte aufgehen So den Schlitz zum Benfer stecken Aber was machen wir den Wasserschlauch sabotieren oder Schlüssel Dann haben wir mal Schlüssel Im Schrank würde ich sagen Unterm Tisch So und noch JR der letzte der hilft Und das Feuer lodert Tyler will see me under there if he comes into the cabin Der letzte hilft ja Der letzte hilft ja Tyler will see me under there if he comes into the cabin. So, Tyler. Okay, unterm Tisch. Würde ich sagen, hinter dem Vorhang. Gucken wir mal, ob das passt. So, let's go. Okay, im Schrank vielleicht. Ist aber gut, dass wir das nochmal alles schön durchspielen können, ja? Okay. 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 Okay, er sieht mich da. Ja, da passt irgendwas noch nicht zusammen. Ich dachte, der Letzte hilft. Sobald allein. Probieren wir das mal. Es geht ja nur noch um den letzten Akt sozusagen, wenn ich dann weglaufen möchte am Wohnwagen vorbei. Okay. Okay. What? Okay. Okay. Ah, nicht, nicht nochmal durchspielen, ich wollte es gerade abbrechen. Das war ja falsch, ne? Also wir werden ja zum Schluss nochmal entdeckt. Das ist soweit alles in Ordnung. Der sieht mich auf jeden Fall immer. Dann machen wir mal folgendes. Dann manipulieren wir mal den Schlauch. Das macht sogar Sinn übrigens, fällt mir gerade an, weil wir ja einen Schlüssel weggeworfen haben. Einen Schlüssel versteckt haben. So, den Wasserschlauch sabotieren. Ja, probieren wir das jetzt mal. Das hindauert. Das ist soweit in Ordnung. Okay, das passt soweit. Das passt schon mal soweit zusammen, aber da müssen wir uns ein anderes Verstecker aussuchen. Oh Mann ey, das ist ja, wenn man dann einmal reflexart hier oben auf den RB-Knopf kommt, dann löst er das gleich aus. Ich kann es auch leider nicht abkürzen. So, Wasserschlauch sabotieren ist in Ordnung, aber ich muss halt ein anderes Versteck finden. So, X nehmen wir mal unter dem Vorhang. Jetzt müsste es ja klappen. Bin ich der Meinung. So, jetzt läuft er los. So, jetzt geht sie an den Schrank und dürfte ihn eigentlich gar nicht sehen, weil er ja nicht mehr im Schrank ist. Das wird es. Jawohl, super. Jetzt haben wir doch gut kommen und kombiniert, oder Dominik? Was sagst du denn so? Das war doch richtig Mut. Du musst dich vorsichtig sein. Ich brauche dich, um die Wasserhöhne zu sabotieren. Unkürt den Kabel, wo er sich anziehen kann, damit es keine Druck gibt. Okay, aber warum? Do you trust me? Yes. Dann trust me. Ich brauche dich. Es ist schmerz. Es ist schmerz. Alles ist schmerz. Was ist schmerz mit den Hosen. Ich bin nicht zu schmerzen. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Schmerz. Meine Behr ist schmerz. Hey, Lutz, calm down. Es wird okay. Wir sind so hart. Wir sind so hart. Wir sind so hart. Super, wir können nach oben. Wer ist es? Ich wusste nicht was, was zu passieren, ich versuche. Ich bin kein Mensch, okay? Ich bin nur ein Mann, das ist alles. Ich bin nur ein Mann, das ist alles. Ich will nur meine Mutter und ihre Leben, Mann. Und ich habe versucht, zu finden, auf meine Leben zu finden. Ich bin nur ein Geheimnis mit ihm, aber nur eine Quote oder was. Ich wusste nicht, er wird so viel zu tun. Ich habe keine Zeit. Was hast du? Seine Worte. Über seine Artikel. Über die Behandlung und die Drugs. Die Behandlung. Die Behandlung. Die Behandlung. Die Behandlung. Die Behandlung. Ich wusste nicht, was ich werde. Du musst mir glauben. Was machst du mit ihnen? Wo sind sie? Ich habe sie nicht, Mann. Ich habe die Stücke in der Dead Drop. Auf der Behandlung. Ich nehme sie bald. Und dann ist es fertig. Keine Behandlung. Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Declin. Declin. Der Name ist Declin. Declin. Ja, der Behandlung. Du kennst ihn. Jeder kennt ihn. Oh Mann, ich bin total verdammt jetzt. Als er sagt, dass ich wieder schlafen habe, dann bin ich fertig. Aber was ich supposed to wissen, dass Nick was gonna stir up? Du sagst, er ist involviert in Nick's death? Sag mir. Komm mal. Ich lasse mich weg. Bitte. Ich habe schon gesagt, alles. Ich lasse mich weg, okay? Ich muss wirklich nachdenken, bevor er verdammt. Du bist nicht weg, wenn du mir sagst, was passiert. Also? Oh, hell, Mann! Declin hat mich mit Nick gesetzt, okay? Ich dachte, dass wir nur noch sprechen können. Nick freaked out, als er sahen Declin. Er versucht, zu bail. Aber Declin hat mich auf den Kopf gesetzt. Dann hat Nick gesetzt, Mann. Er gesetzt wie das. Declin hat gesagt, dass er nicht will. Er sagte, dass es ein accident war. Er hat Nick gesetzt. Ich wusste nicht, Mann. Du musst mir glauben. Ich wollte es nie. Mann, er hat nicht... Er hat nicht... Er hat nicht gesagt... Hey, Asswipe! War das doch der Junge aus dem Supermarkt? Shut it down, verdammt Feuerbuck. Ich werde dir die Scheiße abschauen. Sam. Sam, wir... Komm schon! Du verdammt Coward! Someone geben mir einen Riffel! Oha! Es macht nichts Sinn. Nem es ist. Warum würde Declin das machen? Er war immer ein standup-cop. Er ist immer ein Kater, sonst ist er ein kreber. Nein, ich weiß nicht, dass wir jetzt wieder zuhause haben. Nick hat wahrscheinlich genug Begründung gefunden, um was Declan zu tun zu zeigen. Unsere Angelegenheit gegen ihn nicht mehr zutat. Der Stick ist die einzige Art, die ihn zu holen. Oder vielleicht können Sie einfach nur wegziehen? Declan versucht, seine Haut zu retten. Wenn Sie ihn gegen ihn auf dem Promontory beherren, er wird in einer Körner geflogen. Das ist kein Spiel. Niemand wird mehr sterben. Du kannst das nicht sagen. Es ist nicht fair zu denken, dass du kannst. Du wirst nicht wissen, was wird passieren. Ich auch nicht. Aber wir sind diejenigen, die möglicherweise ein bisschen zu bringen, um diese Mörders zu bringen. Nur kontrolliere dich, okay? Das Feuer funktioniert, aber die Leute könnten sich verletzt werden. Sam, ich weiß, es ist ein schwerer Tag, aber du hast mich verletzt. Stop zoning out. We're just about there, and I need you to help me figure out our next steps. Next steps? At a place where someone might put a bullet through your head. No, stop it. I'm not doing anything. Other than trying to save your life, you're not thinking clearly. What are you looking at? You're focused on finding the facts and not focused on the very real dangers. You need to focus on the road, not on whatever daydream you're lost in. Just stop. You're the one that needs to stop. Sam, you're going too fast. You need to stop. Leave yourself alone. Sam, Sam, stop. 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 Sam, stop. 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 Stop the car. Man, ey, das gibt's ja gar nichts. Sam ist wieder überhaupt nicht konzentriert. Sam, are you okay? You nearly got us killed. I need... I need a moment. Take your moment, but make it quick. We're already at the promontory. We need to find that dead drop before Declan gets here. Oh, wieder so ein Konzentrationsspiel, ja? We need to talk. Yes, Sam. It's time. Ah. What's happening? Sam, I can't. Where are you going? Get back here. I'm trying, but it's not working. Ah. No. Ah. I have some control of my own mind. Where are you? Can you hear me? Seine eigenen Gedanken? Naja. Weiß er nicht. Can you even hear me? Oh. Fine. I'll come to you. What? I got a feeling I'm not gonna like this. Okay. Do not freak out. You've been through this before. Ugh. I'm back in the same room again. There's got to be a logic to this place. I just need to figure out what it is. Stick to the fundamentals. Breathe. Focus. You can make it out. It still keeps going. We're here in so'n Sackgasse gelandet. That's yeah. That's yeah. That's yeah. That's yeah. The question is, where does it lead? I think we're going to the other side then. We're here. 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 Nix pick up. Remember the facts, Sam. That's how you'll get through this. Losing control of my own mind again. I'm almost making it a habit. Wonder what's in store for me now. Alter, jetzt sind's aber so viele. Irgendwann wird schon passen. And I'm back to square one. Fangen wir mal mit der an hier. I'm always starting from the same position and looking at the same door. Okay. Wenn wir uns jetzt so hinstellen. Warte mal. Stellen wir uns mal so hin. Zwei Türen. Nimm mal die rechte hier. Okay. Dann nehmen wir mal die linke hier. Ich muss da auch nicht hingehauen. Dann nehmen wir mal die hier. So, das sind die zwei. Gott, das sieht ja jedes Mal auch anders aus irgendwie, ne? So, wir haben jetzt hier zwei, drei Türen. Irgendwie eine andere Möglichkeit, außer die Türen aufzumachen. Okay, dann müssen wir mal. Mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist überall. Jetzt sind die Türen überall, im ganzen Raum. Und jetzt haben wir ja nur noch quasi sechs Türen, ne? Das Gefühl, wir kommen hier nicht mehr raus. Du musst es zusammenbauen, Sam. Ah, wir haben's. Wir sind raus. Müssen wir das jetzt schaffen. Okay, hier können wir nicht raus. Ja. Ah, hier sieht's ja schon ganz gut aus. Keine nette Art, den Weg irgendwie frei zu räumen. Aber es will zu machen. Dennis. Hier kommen wir ja nicht weiter, ne? Nö. Dann gehen wir hier wieder zurück. Und wir jetzt hier wieder in dem Raum. Dann wollen wir das mal frei. Ich hoffe, dass wir hier aus diesem Albtraum gleich raus sind. Ich finde sowas ja immer gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen irritierend mit der Geschichte dann, ne? Weil man hat ja eine Geschichte, die dahinter steckt. Und jetzt ist das hier wieder so übersinnlich. Ja, aber den Weg hatten wir ja auch schon mal freigeräumt, ne? Und geht das jetzt nicht mehr? Doch, jetzt. Ja, das ist bei so'n Spielen ganz oft so, dass die Steuerung irgendwie ein bisschen rumzickt. Die können hier nicht runterfallen, das ist schon mal gut. Ich bin hier aber auch nicht lang und hier können wir auch nicht lang. Hier ist so'n Art Fenster. So, hier dreht sich alles. Okay. Das heißt... Ah, hier können wir auch nochmal abbiegen. Müssen wir auch hier lang. Es scheint eine Sackgasse zu sein. Okay, dann... Wieder rechts... Wieder rechts... Wieder links dann. Hier waren wir auch noch nicht. So, das ist die Sackgasse jetzt. Müssen wir mal gucken, dass wir da wieder rauskommen. Links sind wir ja nicht weitergekommen. Dann ist er mordet. Oder kann man am Computer irgendwas machen, ne? Dann nehmen wir den Weg hier nochmal. Laufen gleich nach links hier. Hier in dem Raum mit den Türen... Äh, mit den Uhren waren wir auch noch nicht. Machen wir den mal frei hier. Das sind diese ganzen Verbindungen dann halt aus der Gaststätte hier, ne? Aus dem Danas. Haben wir denn jetzt alle Uhren freigeräumt? Wir hätten hier einmal Kerzen, einmal den Gesang. Das ist jetzt hier auch neu. Ich kann auch mal hier jetzt nichts machen, Kurs. Laufen wir mal hier nach oben. Ja, das ist, äh, ein bisschen... Interessant, äh, aber... Oh. Oh. Ihr Mutter told me what happened. I know she's always pushing you to make friends Yeah She's just afraid you'll end up alone She doesn't want you to be unhappy Is she happy? Not always I'm not always happy either Being happy isn't everything I'd say it's more important to find out who you want to be Than to be happy Here I brought you something It's so clear I can see it all at once That's what gives it strength It has nothing to hide It can see itself for what it really is And that lets it see everything It's not a flaw It's a gift Like a superpower You know When the world is a storm You stand calm at the center Now I need to have a real talk with myself Where are you? Ich hoffe wir sind jetzt raus Aus dem Traum You and me Sam You and me Sam We can do this What? Which one are you? Sam Where are you? Sam Sam Where are you? Sam Sam Sie fragen Sie fragen welche Richtung können wir denn gehen geradeaus Ist hier einfach oder Ist das egal Sam Come with me Ich versuche ihn ja immer wieder zu treffen Sam Where are you? Sam 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 Where are you? Ich ist weg Ist ja auch geil Meine eigenen Gedanken Sam 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 Teilweise ging der mir ja ganz schön auf den Sack Ne Na hier ist ein Spiegel Da können wir vielleicht durch Yo Hier geht es erstmal weiter So Don't leave Muley I don't have a lot No one at school talks to me And you promised I'd stay with you if I could I'm Sorry Forgive me please Why are you lying? I know you want to leave What happened to you Muley? I hope you never come back Hey Bug I'm gonna come back Sooner rather than later You'll see me again before you even know it We'll go fishing Yeah, sure I'm not stupid, you know It's not you Bug It's this town It's Anna It hurts and I can't stay None of that is my fault I know But I still have to go It's not fair I understand but It's not fair I guess you finally win for once So Jetzt geht es hier weiter Sam Put that away Come on Sam Put that away Come on I don't want a ring I don't need a ring I thought That's what we were supposed to do I'm sorry I just I just wanted to fix things Sam Did you really think Doing something Neither of us wanted Would fix anything Oh, jetzt ist ja wieder Das Licht ausgegangen Jetzt geht es wieder In die Richtung Oh man Ja man Änder es Ich schüttle nur nur den Kopf I think Anna hates I I think I hate I Have to get away From this place Or I'm gonna die here Inside at least I get it Just know I've always Got your back No matter where you go I know you don't want To talk about it But he's your son Ach, das ist mein Sohn I know the real you is here The rest are just illusions I have to focus There's only one of you I can't just choose them all Think Focus Okay, ich kann nicht alle wählen Sagt er ja Ist ja auch klar Also muss ich auch Den deaktivieren Den deaktivieren Den deaktivieren Den auch Also fokussieren wir uns Erstmal nur auf ihn So ein bisschen seltsam Jetzt auch irgendwie Weil ich überhaupt keine Anleitung Habe was ich machen soll Entkomme ja Das ist toll Aber ich kann den jetzt hier auch Du nicht Und kann sagen Du bist es Oh Oh Es gibt nur einen von euch. Ich kann sie nur alle wählen. Denk. Fokus. Wer gibt es denn noch? Ihn gibt es auch noch. Dann kann ich den aktivieren, weil er war es ja nicht. Fokus. Es gibt nur einen von euch. Ich kann sie nur alle wählen. Denk. So, der. Dann haben wir den hier noch. Machen wir den hier mal aus. Und sagen, er ist es. Jawohl. Er ist es nicht. Er war es. Okay. Ich muss sicher jetzt hier irgendwie aus der Tür rauskommen. Ich glaube, er ist ja auch so. Wo ist es? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020